Yo moin Pyros, heute gibt es wieder ein neues Video von mir. Wir haben jetzt den 21. November und es ist eine Außentemperatur von ca. 3 Grad. Also da kommt schon echt Stimmung aus. Wir haben jetzt in diesem Video, teste ich mal die Spinner von Leslie aus dem Spinner Pack. Momentchen. Bin ich scharf gehen? Man. Ja, auf jeden Fall hat es eine F1 natürlich. NEC oder NEM steht hier nicht drauf. Gut, ich habe hier fünf Stück liegen, die werde ich auch alle jetzt zünden und da wünsche ich viel Spaß dabei. Los geht es mit dem Spinner von Leslie. Ui, da ist wohl noch ordentlich was hinter. Machen wir den zweiten. Wenn der stehen bleiben will. Ja, ist noch hingefallen. Und noch ausgegangen. Ah ja, gerne. Dann machen wir mal weiter. Wow. Der wollte mich angreifen. Hör mal. Ja, da war ja noch echter Druck drauf. Das ist krass. Der nächste. Na ja. Da. Da. Und jetzt mache ich dann. Also bonne fingers. Achso. Da. Ja. cool und der letzte toll ja das ist ein Fail naja sagen wir mal 2 von 5 Fails aber wie man ja sieht sind die eigentlich ganz geil außer dass mich einer auch irgendwie angreifen musste aber im Großen und Ganzen sind die ganz cool so würde ich sagen wars mit diesem Video und bis zum nächsten Mal